Moin, wir haben wieder ein Gadget und der Can wollte es mir in die K*** werfen. Was ist das? Hornhautraspel? Was ist das? Achso, es ist wieder so ein Akkuschrauberaufsatz und irgendwas zum Schleifen. Aber was zum Schleifen? Messerschleifen? Aber wo kommt das Messer da rein? Was ist das? Was soll ich da mit Sch... Ah, nice. Es hat Klick gemacht. Also, wie es ausschaut, ist das ein Bohrschärfer. Die Idee dabei ist, ich schieb den da rein. Ja, also, das ist so ungenau. Ganz ehrlich, dem Gadget 0 von 10, weil mit dem Drehen, wir haben es jetzt da so nachgemacht wie in einem Video, man dreht das dabei, also meine Spitze ist einfach weg, es ist einfach rund. Da ist keine Spitze mehr. Vielleicht schneiden die jetzt ein bisschen schärfer, aber ich habe es da gerade getestet, da schneidet nichts mehr. Nein, macht man nicht. Für Holzbohrer macht es keinen Sinn, für Metallbohrer ja. Für SDSbohrer macht es auch keinen Sinn. 0 von 10. Ciao.